Also, ich darf gleich hierzu noch einige sagen, also Herr Bülent hat es wunderbar zusammengefasst. Neig, Misskunst und Gier sind letztendlich die größten Feinde des Lebens und was wir machen, ist einfach diese Feinde aus dem Leben zu räumen, indem wir sagen, wir investieren unglaublich viel in diese Lebensfreude pur, das tut er mit seinen Worten auch. Ja, und es wird, glaube ich, viel zu oft verkannt, dass wir nicht nur da sind und viel Geld verdienen, sondern wir sind da, um auch erstmal eine große Produktion zu machen, wo wir viel, viel investieren. Also, wenn Sie hier reinkommen, wenn Sie das ganze Zelt sehen, wir sind nicht umsonst die Nummer 1 weltweit, was Dinnershows, was Dinerevueshows angeht. Ja, aber zunächst eine ganz herzliche Gratulation zu eurer Jubiläum. Das ist das eine, das hilft Ihnen im Genesungsprozess, das hilft Ihnen auch bei dem Thema, was der Rolf Balschbach vorhin gesagt hat, Lebensfreude. Ich meine, jemand, der mit diesen Einschränkungen leben muss, zu Hause, im Rollstuhl, in seine vier Wände, wenn er rauskommt, wenn er ein Pferd zieht, wenn er aufs Pferd kommt, ich sage das immer, jemand, der immer darauf angewiesen ist, dass ein anderer ihn von A nach B bringt, wenn er auf dem Pferd sitzt und das mal ein bisschen geübt hat, dann hat er vier Beine, die ihn von A nach B bringen. Sein Freund, das Pferd, brennt ihn dahin. Und das ist ein unglaubliches Gefühl auch. Aber, wie du richtig sagst, wir haben uns da auch weiterentwickelt und wir haben den Kreis erweitert. Insofern seid ihr mein Vorbild. Es muss immer weiter und besser werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020